So, wie versprochen, nächste Folge. Ähm, und zwar sind wir jetzt auf dem Weg zu diesem wunderschönen Galerie-Ding, das ich letztes Mal auch schon verschissen hab. Und... Oh, nur zwei kleine Schüssel. Sehr gut. So, fettig Bum-Bum hat hier wieder seinen Schüssel fallen lassen. So, hoffentlich geben wir jetzt mal ein bisschen mehr Gas. So, also, womit hat es angefangen? Es hat damit angefangen. So, und dann war es... Basta. Dann kam Basta. Nein, das war falsch. Gut. Erst das. Dann kam das... Ah, wunderschön. So. Und dann hat er Lilithum gebracht. So, jetzt endlich. Zweite Chance. Erneut gegen dieses Blutvieh. Ja. Sehr gut. Irgendwie unanfällig. Dafür kann das. Aua. Na komm. Aua. Ach, bitte Scheiß. Aua, keine Kampfskills. Gar nichts. Aua. Komm, lass dich töten. Geht doch. Aua. Mensch, jetzt können es. War dat jetzt, äh, anstrengend? Und jetzt holen wir uns doch mal eben. Nicht das Geld, doch nur so. Aua. Mann. So schlimm war es ja jetzt eigentlich im Endeffekt nicht. Hätte ich nicht gerade die ganze Zeit am Anfang falsch geantwortet. So. Verlorene Menschlichkeit. Aus welchen Gründen auch immer. Ähm. Was sagt denn die Menschlichkeit gerade? Mal eben gucken. Details. Körperkraft ist gerade irgendwie am Arsch. Meine Menschlichkeit. Ja, okay. Das ist, das geht auch. Es geht schlimmer. Definitiv. Aber ich brauche jetzt irgendwas zum Suppeln. Warte mal. Wie sieht uns hier? Ja. Scheiße. Ich muss was trinken. Ja. So. Zumindest ein bisschen. Und aufgrund dessen, dass wir natürlich gerade wieder was verkackt haben. So. Weiter im Text. Mann, Mann, Mann. Erstmal wieder hoch. Zum Beispiel eine Freundin. Und. Okay. Ich finde, dass er immer unglaublich laut die Mucke einfach ist. Äh. Ich wollte doch. Nein, ich bin nicht wieder. Mach auf. Ich. Ich. Kita nicht. Da bin ich in den interessierten Crophuren. Ich weiß was das bedeutet? Das bedeutet, dass ich nicht auszudrücken. Das bedeutet, dass das Gebühren ist nicht mehr als ich. Und das Verbrennungen zu machen ist. Und um die Situation zu machen, jemanden hat geregelt und eccentric. Und der Galerie hat mich verloren. Wir sind gleichgesinnt, dunkle Herren, erledigen wir ein Geschäft. Wir haben sie verletzt, um ihre Aktionen gegen mich zu verletzten. In Wahrheit, ich könnte mit ihr zu sehr schwer sein. Inkompetenz kann ich etwas entschuldigen. Auf der anderen Seite, ich nicht toleriere. Wenn Sie in meinen guten Garten bleiben, wenn Sie dieses Ziel finden, wenn Sie in der Bühne verletzten, dann machen Sie das, was ich bitte. Sie glauben, dass ich das nicht bewusst bin? Das ist meine Stadt. Ich weiß alles, was passiert, von Bordern bis zur Bühne. Aber hör auf mich, Fletchling. Wenn Sie Ihres Prinz wünschen, dann machen Sie das, was ich bitte. Ich mache es einfach diese Zeit. Ich habe ein paar Angelegenheiten gegen meine Freundin. Eine Angelegenheit. Die Angelegenheit, die Feuer und ihre impäusten Schäden. Ich möchte sie ganz ernst nehmen und mich abstellen. Ich möchte sie mit ihr mit ihr. Ich möchte sich mit ihr unterhalten, dass sie in der Zeit irgendwie nahe programme wurden. Ich habe die Angelegenheit gegen sie mit den Sulpheside-Diner gewinnen. Ich freu mich, um zu finden, um zu bemerken. Aber ich bin beschwunig mit dem Club und in meinen anderen Versagen. Ich würde dich, mich auf den Diner gehen und zu versuchen, ich mache sie keine Aktionen gegen sie. Ich habe mich auf die Abbrechen angeboten und credo nicht zu machen. Ich warte für sie zur Rückseite der Schäden, neuer von den Telefonen. Ich will meine Schwester sehen. Schuska, Schusswappen... Okay. So. Nochmal wieder runter. Das ist deiner. Ist ja direkt hier vor der Haustür. Er warflich wunderschön. Hi Dudes. Hi Dudes. Yo Bro. Okay, du möchtest nicht mit mir reden. Das ist ähm... Das ist ähm... Fuck, das ist shit. Du Arsch. Fuck. Was ist mich jetzt eigentlich verdabbeln? Aua! Oh Gott, auf Scheiß. Das ist ein Masse über den Arsch. Ey, das ist doch unnormal hier. Ja. Nächster Tod. Nächster Tod. Nächster Tod. Spiel an. Ah! Ah! Äh... Schon zwei Tode? Zwei... Zwei Tode? Zwei Tode, zwei Tode, zwei Tode... Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Naja, okay. So, bevor wir jetzt hier irgendwas tun... Wird ich gerne eine andere Waffe angegeben. Das ist... Der Wahnsinn hier. Komisch. Das macht irgendwie... mehr Schaden. Wurde besser aus. Wurde besser aus. Okay, der erste ist schon mal Matsch. Wahnsinn. Wahnsinn. Schiff. Warum tröst du mich da? Moment,? Irgendwie rüstet der nicht das aus was ich eigentlich will? Ausrüsten, bitte. Natürlich auch was für... Wah, ey! Fick dich! Ich bin geliegend! Es war ein Setup. Ich weiß, dass wir unsere Unterschiede haben, aber du musst mir glauben. Therese versucht, dich zu töten. Ich musste mich in die Bühne, weil sie jetzt hat eine Räume und... Bitte, du musst mir helfen! Therese wusste, dass du dich in der Galerie all along warst. Sie hat dich auf und... Du hörst das? Sie ist verrückt. Sie hat diesen Thiefen für einen Hint. Sie wird jemanden, der in der Weg von ihr, der Top Dog von Santa Monica zu sein wird. Hörst du! Ich weiß nicht, wie lange ich habe! Rettung Naht! Ich komme! Wo-woah! Okay. Ähm... Ähm... Okay, die Polizei ruht... Darf ich jetzt so nach mir rum? Aber weißt du was? Ja, Bro, bleib stehen! Ey! Zapp! Du machst jetzt erstmal nichts mehr. Und ich vielleicht auch nicht. Ja, okay. Komm ich erstmal nicht mehr raus, oder was? Ja, okay. Jetzt komme ich erstmal nicht mehr raus, oder was? Was? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Au. Wiedersehen. Oha, oha, oha. Äh. Ja, schießt. Schießt dir einfach die unschuldigen Bürger hier ab, ey. Das ist ja... Ich bin weg. So. Ähm. Oh, hier ist doch gar nichts. Außer Brettchen. Wie man eben dran hochzuküren kann. Nächste Ratte. Polizei auf der Jagd. Also was? Der ist ja schon tot. Ich dachte, ich bin hier sicher. Hallo. So ne kackt. Ist er irgendwo. Äh. Komm schon. Ey. Was ist denn jetzt hier los? Was? Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt hier los? Okay, versuche ich das mal so. Solange ich mich nicht bewege, sollte mir eigentlich nichts passieren, oder? Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn hier los? Ja. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Das ist echt sehr unkühl gerade. Okay, scheiße. Nein, sonst machen. Hier. Das ist doch unnormal. Ich bin einfach gleich tot. Leck mich! Komm schon. Again. Fuck. Ich hab das nicht in Erinnerung. Das ist doch irgendwo... Ah, jajajaja. Fuck, das ist ein Problem. Ja... Bin ich jetzt eigentlich verdunkelt, oder bin ich nicht verdunkelt? Oh, holy shit, ey. Ich soll jetzt mal warten, bis die auf die Idee kommen, mal irgendwie zu verschwinden. Die Polizei hat aufgegeben. Und das ging jetzt aber recht schnell, ja. Das ist ja anstrengend, ist das, ey. Verdammt. So, jetzt klären wir erst mal diese blöde Feder auf. Ich würde jetzt eigentlich gerne mal wissen, Janett hat sie angerufen und sie angefläht, sie vor Therese zu retten. Also Janett war jetzt welche? Die Liebe? Also die durchgeknallte? Therese war die andere, oder? Du gehst davon aus! Du denkst, dass jemand ihre Leben für diesen schädelnden, schädelnden Wäste des Blöds. Das wird es einfach einfacher zu töten. Du, du, du... Help! Sauf mir, und ich werde dich finden, Bertram! Ich versuche! Shut up, Janett! Ich versuchte dich, zu entfernen von Tung. Er hat dich gegen mich gestellt. Ich habe immer nach dir geschaut. Aber du kannst nicht meine Erfolg. Du musst, nicht? Ich wollte es so enden. Aber du hast mich versuchelt. Du hast mich nie gegeben. Du hast mich nie gegebenen Kredite für nichts, Therese. Ich war die, die schädelnden. Bertram war auf meinem Schädelnden. Wie fühlt es sich, dass ich dich verletzt habe? Ist das nicht wahr? Ich versuche mich zu retten von diesem devianten, schädelnden Wäste. Du weißt, dass, obwohl sie ihre Konditionen, sie noch... Ich versuchelt, dass sie nicht mehr so enden. Ich versuchelt. Ich versuchelt. Ich versuchelt. Du bist eine zu sprechen, liebe Frau. Oder ich sage, die kleine Frau. Du willst wissen, wie deprägt der Baron von Santa Monica kann sein? Shut up, Janett. Du würdest das Welt lieben, denken Sie ein Schädelnden. Oh Gott, wen nennt er denn jetzt dunkle Herren und wen nennt er Elfenbeingöttern? Okay, Elfenbeingöttern ist die... Okay. Du denkst, dass ich das nicht hörte? Nacht nach Nacht? Always die obediente Daughter. Until, until... Shut up! Just shut up! Weiter so. Would you like to tell the story? She makes herself out to be the Virgin Queen of the Night. Pious as a nun, stable as the Earth's orbit. It's all an act, isn't it? I'm the good girl. You're the wicked one. You've done nothing but plot against me. When I had our best interests at heart. And despite that, I've always covered up your mistakes. I've taken care of you. And this is how you repay me? Taken care of me? You've done nothing but keep me down. Blame me for every mistake. Did you expect me to let you rule my life until the end of time? No sister. You've had it coming since our last sunrise. Is that right dear? If it wasn't for me, you would have never survived this long. Remember? They tried to separate us, but I refused. I chose this life. And brought you into it so that we could stay together. Obviously you've forgotten. Hmm... Hmm... Oh Gott! Du warst von Anfang an ein lustiger kleiner Dorn, weiße Tochter. Ja, die dunkle Herrin hat den Schnitter für mich bestellt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schwarze? Oh Gott. Oh Gott, also... Aha. Ich will dich nicht umbringen! Schnapp dir den Boomstock Elfenbein Prinzessin, ich glaube das war das. Wen habe ich jetzt... Ah, Mann! Wer ist denn da nun wer? Ja. Ja, okay. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, komm jetzt hier wieder raus. Geh doch. Du wirst, geh weg von dieser... ... ... ... ... Das ist eine schreckliche, schreckliche Waste von Blut. Das wird es einfach einfacher zu töten, die beiden von euch zu töten. Hilfe! Schau mich, und ich werde dich finden, Bertram! Ich versuche sie! Shut up, Jeannette! Ich habe dich erwähnt, zu bleiben von Tung. Er hat dich gegen mich geholfen. Ich habe immer nach dir geholfen, aber du kannst nicht auf meine Erfolg. Du musst du medleieren, nicht wahr? Ich wollte es nicht so enden, aber du hast mich geholfen! Du hast mich nie gegeben, Therese. Ich war diejenige, die Schmerzen. Bertram war auf meinem Weg. Wie fühlt es sich zu wissen, dass ich dich verabschied habe? Ist es nicht wahr, dass ich die Nacht schreckliche, die Schmerzen schmerzen bin? Du wirst du wissen, dass in ihrer Kondition, sie noch... ...fornikiert mit Kind, nicht mehr? So verabschiedbar. So schlecht! Du bist eine zu sprechen, liebe Frau. Oder würde ich sagen, die kleine Mädchen der Vater? Du willst wissen, wie deprägt der Baron von Santa Monica kann sein? Hör auf, Jeanette! Du wirst du lieben, die Welt zu denken, dass du ein Schmerzen bist! Wenn du denkst, dass ich schlafen habe, ich hörte Vater in der Nacht zu hören. Ich hörte ihn, wie du dich liefst, in dein Gehirn, bevor er... ...dann er nicht zu Ende, oder du bist tot! Oder du bist tot! Aber du bist tot! Was? Was? Du bist mit dir mit dir? Und er hat nicht zu verschenken. Du bist limp und wurde seine Kondition. Du denkst, dass ich das nicht hörte? Nacht nach Nacht? Sie immer die Zwiebelinige Frau, bis... ...hier... 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 Richtig. Sie van bulk ...hier... 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 Ähm... Ich habe dich benutzt, aber ich habe dich nicht versucht, um zu töten zu töten. Therese hat keine Probleme mit töten. Du? Erinnerst du Vater? Vater ließ mich. Ich war eine gute Frau. Ich habe immer was ich gesagt. Du hast immer, dass er mich ließ. Du hast ihn nicht gebeten. Du hast ihn zurückgebracht, wenn er nicht da war. Du bist eine riesige Frau zu ihm. Vater kam nach Hause, ein Tag zu Hause und mich für Therese. Weil ich in ihrer Bettung schlafen war. Du hast ihn nicht gehört. Sie ist lieb. Therese walked in, während er da war, und sie sah mich ließ mit ihm. Und so, sie ging in der Kloszette und holte seine Hütung. Loadete ihn mit Deershot und bliebte seine Minderung auf die Schleisch-Klown-Wallpaper. Das ist ein LIE. Vater hat sich verletzt, weil Jeanette. Sie hat ihn verletzt. Wie ich mich erinnere, er stirbt mit einem Schmerz auf seinem Gesicht. Wie du nicht. Ich bin Angst, Frau. Ich muss deine Endung schreiben in dieser Familie. Und ich will, dass ich dich wissen, dass ich so mit großem Angst und Schmerz und Schmerz habe. Ich hatte so viele Hoffnung, dass du für die Bedeutung verletzt hast, mit meinen Gehörnissen. Aber so, süße Frau, ist das so, wie es endet wird? Ich versuchte, dass ich immer wusste, dass diese Nacht kommen könnte. Und ich will, dass ich die Bedeutung verletzt habe. Eine Entschuldigung, eine Liebe-Letter. Hm. Du bleibst davon aus! Ich denke, dass jeder sein Leben würde für diesen schädelten, schädelten, schädelten Blut machen. Das wird es einfach einfacher zu töten. Hilf! Schau mich, und ich werde dich finden, Bertram! Ich versuche sie! Shut up, Jeannette! Ich versuchte dich, zu bleiben von Tung. Er hat dich geholfen... Du hast mich nie gegeben. Es ist nicht wahr? Ich werde mich über die Nacht von diesem devianten, backstabbingen Hör. Du weißt, dass, in ihrer Kondition, sie noch... ...forniciert mit Kind, nicht mehr! So despicable! So unclean! Du bist eine zu sprechen, liebe Frau. Oder würde ich sagen, die kleine Mädchen? Du willst wissen, wie deprägt der Baron von Santa Monica kann sein? Shut up, Jeannette! Du würdest lieben die Welt denken, dass du ein schädelten! Wenn du denkst, dass ich schlafen habe, ich hörte Vater in der Nacht. Ich hörte ihn schlafen, wie viel du dich liefst in deinem Sprache, bevor er... ...dann das Wort nicht endet. ... oder du bist tot! ... oder du bist tot! Mmmh... ... hatte seinen Weg mit dir. Und er hat dich nicht geholfen. Du bist schlafen, und er wurde sein Spiel. Du denkst, dass ich es nicht hörte? Nacht nach Nacht? Sempre die Beziehung, bis... Shut up! Just shut up! Would you like to tell the story? She makes herself out to be the Virgin Queen of the Night. Pious as a nun. Stable as the Earth's orbit. It's on act, isn't it? I'm the good girl. You're the wicked one. You've done nothing but plot against me. When I had our best interests at heart. And despite that, I've always covered up your mistakes. I've taken care of you. And this is how you repay me? Taken care of me? You've done nothing but keep me down. Blame me for every mistake. Did you expect me to let you rule my life until the end of time? No, sister. You've had it coming since our last sunrise. Is that right, dear? If it wasn't for me, you would have never survived this long. Remember? They tried to separate us, but I refused. I chose this life, and brought you into it so that we could stay together. Obviously, you've forgotten. Mmm. She's a control freak. People, things, emotions. If she can't control something, she gets rid of it. And you're a wild animal. You'll rub up against anything that'll take you in for the night. Then when you're stuffed and bored, you bite the hand that fed you. Trees will never let you live. You disappointed her. I used you, yes, but I didn't try to have you killed. Trees has no problem with killing. Do you? Remember father? Father loved me. I was a good girl. I always did what I was told. You always hated that he loved me. You disobeyed him. You brought men home when he wasn't there. You were an awful daughter to him. Father came home drunk one day and mistook me for Trees. Because I'd fallen asleep in her bed. Don't listen to her. She's lying. Trees walked in while he was there, and she saw me lying with him. And so she went to the closet and pulled out his hunting shotgun, loaded it with deer shot, and blew his mind out all over the silly clown wallpaper. That's a lie. Father killed himself because of Jeanette. She made him miserable. As I recall, he died with a smile on his face. The police sure did. They broke us up for a little while, remember? The first thing you did after your escape was find me. Enough! Don't say another word about that. So, sweet sister. Is this how it has to end? I admit, I always knew this night might come. Well, any message you want me to give bother? An apology? A love letter? Come Sean. I killed her. I didn't want her to go. I only wanted her to change. You understand, don't you? Poor, poor Therese. You wanted to find Bertram. He's at the old gas station in an empty oil tank. He'll help you because I'll ask him to. But you must keep your tongue tied tight about what happened this night. Understand? Don't hesitate to come see me once in a while. I'm going to be so lonely without Therese. I mean, I may need someone like you sometime. And I do get bored so easily. Maybe you could come by and cheer me up sometime. No. 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 It's not anything. No. Well. No. 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 Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich sag nochmal auf Wiedersehen.